Willkommen zur nächsten Kanalvorstellung und zwar sind wir dieses mal auf dem Kanal von Rack of Games John Elite oder Raccoon, weiß ich nicht wie das ausgesprochen wird, auf jeden Fall einen sehr schönen Kanalbanner gestaltet, wo der Name drin steht Minecraft TTT and more Join Elite, bei Ask.fm sind sie außerdem 31 Abonnenten schon und wir gucken uns wie immer die Kanalbeschreibung an Was los Leute und willkommen auf meinem Kanal Hier findest du hauptsächlich Minecraft, bald wahrscheinlich auch TTT und Counter-Strike Source Das ist bei mir los Schauen wir mal auf den Uploadplan Facts good jeden Dienstag, wahrscheinlich so ein Vlog-Ding oder so, keine Ahnung Vita Nova, Planung jeden Donnerstag, TTT hat er ja oben auch geschrieben, Planung jeden Samstag Und das erste Mal, jeden Sonntag, aha, bestimmt auch so eine Rubrik Das verwende ich, hier hat er seine ganzen Sachen Also er bearbeitet zum Beispiel mit Camtasia, wie jeder nimmt er mit OuterCity seine Spur auf Photoshop macht eine Bildbearbeitung, wie ich auch Und am Mikrofon da ist auch noch mit 900b Hier könnt ihr mit ihm Kontakt aufnehmen, Skype hab ich ihn schon Ähm, ich hoffe das Programm spricht dich an und ich fände es cool, wenn Ne, und ich fände es cool von dir, wenn du ein Abo da lässt Man sollte richtig lesen können, danke 1708 Aufrufe Ist eine ziemlich, ähm, ordentliche Zahl Würde ich sagen Bei Twitch hat er auch noch einen Kanal, also Denk ich mal, da kommen auch Live-Streams, so wie ich das sehe Die Samples sind auf den ersten Black auch ganz cool gestaltet Hier hat er auch Zum Beispiel, ähm Das erste Mal Angelo oder so Das erste Mal Ich als Flugloch, vielleicht spielt er da Spiele, die er zum ersten Mal spielt Keine Ahnung Weiß ich ja nicht, müsste ich mal angucken Happy Wheels das erste Mal Minecraft The Dropper Unter anderem Also ich denke mal dieses Fact School Oder dieses Das erste Mal ist so eine Vlog-Sache Sollte es Sollte wahrscheinlich auch ein paar von euch interessieren Wenn ja, rauf auf den Kanal von Raccoon of Games Wo auch bald TTT folgen wird Das finde ich auch richtig cool Hole ich mir vielleicht auch bald Mal schauen, vielleicht können wir ja mal Ein paar Routen zusammen aufnehmen, wenn du Bock hast Ähm, ja Also wie gesagt, Kanal ist unten in der Videobeschreibung Lasst einen Daumen nach oben da Oder auch ein Abo, wenn es euch gefällt Unterstützt Raccoon of Games Minecraft TTT Boah, ich denke mal da ist für jeden was dabei Und dann sehen wir uns bei der nächsten Kanal-Verstellung Ja, bis dahin Euer Haspp Ciao, ciao